Hallo, hier ist der Martin von MoneyBank, hier ist das DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 11.03.2021. Wir brauchen gar nicht so viel drüber sprechen, wir sehen nichts mehr. Die Rakete, die ist jetzt durch. DAX steigt weiter über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich glaube, damit können wir den Satz fast einfach so stehen lassen. Wir haben gestern ein bisschen drüber gesprochen, über die Möglichkeiten, wie der DAX nun reinkommen kann. Zum Mittwoch, dass es typisch wäre, wenn er sogar einen tiefen Start bringt, dass ich aber davon ausgehen würde, dass einfach noch viel zu viele Shorts drin sitzen, der dann nicht weit kommt und sich zügiger hochdreht, also auch zeitig schon hochdreht und gar nicht so tief kommt, dass er vielleicht schon im Bereich um 400 bis 360 sich dann nach oben dreht oder vielleicht sogar gleich einen Aufwärtsgap macht und die 5,60 anspringt. Das war so ein bisschen gestern die Erwartungshaltung, haben dann auch unten nochmal unseren Pfeil nach oben angepasst. 360 habt ihr gesehen, das ist gar nicht geworden, 8 Uhr direkt an der 400, ein bisschen knapp drunter losgegangen, das Ganze nach oben reagiert, das Ding und damit die Route auf jeden Fall abgearbeitet, hat er fertig gemacht, ist auch oben schon in die 5,60 rein. Die 5,60 war mir sehr wichtig. gesehen haben wir dort nichts, das war null Reaktion, also was heißt null Reaktion kann man nicht sagen, der hat die ja den ganzen Abend jetzt verteidigt und er hat auch gut gegen gehalten, aber der ist ja nicht von weg gekommen und also so eine erste Reaktion, als ich gesehen habe, dass die an 5,20 ging, bin ich fast von mir glauben abgekommen, weil normal hätte das mindestens 500, 4,80 nach unten werden müssen, wenn er an der 5,60 reagiert, das ist eine schöne Marke halt. Da nur 40 Punkte nach unten zu reagieren, das ist für einen DAX zu wenig. Von daher würde ich mal denken, kommt hier ein Aufwärtsgib noch hinterher zum Donnerstag, so hatte ich das glaube ich auch im Chat vorhin geschrieben dann, zumindest für die, die das auch beobachten, aber das haben wir auch in Updates so geschrieben, also egal wo man guckt, wo ich nochmal irgendwas geschrieben habe, das war für mich hier jetzt die letzten Stunden relativ einseitig und ihr könnt mir deswegen das ganz gut vorstellen, dass ihr nochmal da oben probiert, die 600, 635, das ist jetzt sehr interessant, hier vielleicht mal ans Band ran, so im Zweifel 6,60, aber ich muss gar nicht so hoch werden, könnte schon sein, dass er da um die 6,635 ganz schön ins Bremsen kommt, 6,35, 6,50 oder dann halt noch Bonus oben 7,50, aber da müsst ihr schon recht hoch reinrennen, da müsst ihr gut über die Nacht vorarbeiten, kann ich mir trotzdem vorstellen, wir haben gestern drüber gesprochen, dass noch viele Short drin sind, manche haben gesagt, sind doch aber gar nicht viele Short drin, ich glaube, da sind noch ganz schön viele Short drin und hier sind noch mehr Short reingegangen, ich sehe immer nur, dass die Leute Short reingehen, das ist noch nicht, ich weiß nicht warum, da dreht er nicht so, die müssen die Leute alle lang reingehen, wenn die Leute überzeugt davon sind, dass der weiter steigt, dann dreht er auch, das ist zumindest sehr typisch, sehr markant und immer wieder zu beobachten, dass der Markt dann eigentlich so lange erstmal durchsteigt, bis die Leute wirklich alle dann die Meinung haben, da viel runter kommt er nicht mehr und wenn, dann dreht er sich schon zeitig wieder hoch. Sobald das so die Meinung in den öffentlichen Foren ist, bekommt man den auch ein bisschen wieder nach unten halt, aber wenn der hier nur mit Shorts gefüttert wird, also das Vieh, der frisst sich ja fett halt, da müssen wir aufpassen, dass er nicht noch explodiert zum Satax hier. Da sehe ich zumindest momentan wirklich viele, die einfach nach wie vor dagegen knallen halt und das sind immer so noch nicht die Momente, wo der Markt dann dreht, das sind noch nicht die Momente, wo der Markt da dreht, das sind eher die Momente, wo er dann weiterläuft. Wir haben nach wie vor keine Gaps drin, keine Gaps, die offen sind, wenn er Bock hat, komm, am Donnerstag lass mal gucken, was geht, mach mal ein Gap über 600 und mal durch, oben durch die 750, durch die 700, durch auf die 800, das wäre DAX, das wäre DAX in die Situation richtig reingelebt. Dann würde er nämlich das machen, was hier jetzt passen wäre und einfach die Leute mal bereinigen halt, ne, und die sind zu fixiert noch. Das, mir fehlt da noch was. Also, wenn ich das jetzt schon sehe, wie viele hier vor dem Abend noch, vor dem Feierabend noch Short reingeknallt haben, puh, es ist, das ist, es, es ist nicht so, wie als kann der dann nicht fallen, aber es ist einfach so, dass wir den DAX schon viele Jahre hier beobachten, jeden Tag, immer wieder Tag für Tag und es gibt gewisse Regelmäßigkeiten, die man immer wieder sieht und so wie die Leute Kommentare schreiben, so wie die Leute sich mir gegenüber zeigen, äußern und mit welcher Überzeugung sie in bestimmte Richtungen und so weiter auftreten, das ist immer gut zu beobachten, weil das ist die heikliche Auffälligkeit, der Mensch, der davor sitzt und die meisten sind die besten Analysten, sie wissen es bloß selber von sich nicht, weil sie ja eigentlich genau in so einem Moment sagen, der Markt fällt, dann sagen sie in so einem Moment, der Markt steigt, dann sagen sie hier, ach ne, doch nicht, er fällt und immer genau im Gegensatz, ne, die steigen genau im Hoch, steigen die Long ein, genau im Tief steigen die Short ein und machen immer genau das Gegenteil von dem, was der Markt, da wird sich der ein oder andere wiedererkennen, das ist ganz typisch und ich beobachte sowas ganz gerne, weil es gibt eigentlich keinen zuverlässigeren Indikator, das kriegt man mit keiner Storastik, das kriegt man mit keinem RSI, das kriegt man mit keinem MACD, mit keinem Gleitendurchschnitt oder irgendwas anderes hin, die, die Leute, die emotionalen Reaktionen, auch derer, die vielleicht noch Shorts drin haben, die, die vielleicht mit Longs übermütig werden, das sind, das ist das Beste, was es gibt als Indikationen überhaupt irgendwo, ähm, für sich zu nutzen und wenn man das noch ein bisschen mit Charttechnik komponiert, hat man eigentlich schon eine, äh, recht, ja, ich will nicht sagen, naja, eine Superwaffe in der Hand, aber, dann, äh, dann wird es schon wirklich schwer, dass man dann im Monatsende mit Rot rausgeht halt, ne, zumindest wenn man weiß, auf was man achten muss, so, und von daher, ich würde sagen, auf jetzt, geht weiter, Leute, Leute nicht in den Kopf kriegen, dann geht er weiter, so, also, wäre, wäre hier jetzt meine Erwartungshaltung, so wie wir noch in die 600, in die 635 reinstechen, sollte er da drüber gehen, dann hat er Eskalationsspielraum, dann kann er eine Übertreibung reingehen, dann kann er nämlich einen Squeeze liefern, ähm, was dann aber gleichzeitig auch wieder ein neues Impuls, neues Kaufsignal wird, und das kann dann gut losgehen, das heißt, in dem Moment, wo wir hier drüber gehen, wäre dann, ja, 57 erreichbar, da wäre, es kann durchsteigen halt, ne, also, lasst ihn mal bei 600 eröffnen, 200 Punkte pro Tag, das ist nicht viel, äh, man müsste dann halt bloß aufpassen auf die Leute halt, ne, also, so ein schnelles Umkippen, das ist für den Donnerstag sehr typisch, aber da muss er die Leute halt auch echt am Sack kriegen, so, und ich glaube, so bis 700, 57, da haben alle noch viel zu viel, viel zu viel Fantasie, dass der halt auch gleich wieder runterdreht, und deswegen schauten die alle noch so drin rum, wenn die Fantasie ploppt, und alle dann plötzlich denken, na, jetzt läuft er auch auf 15.000, und dann dreht er um, weil, das ist Darkstan halt, das macht er immer wieder, und, ähm, von daher, ähm, glaube ich, sollte man hier auf der Oberseite schon noch ein bisschen einplanen, ähm, auch durchaus noch einen kleinen Übertreibungsschub, auch wieder ein bisschen mehr Bewegung, das war jetzt recht ruhig gewesen, wir haben aber was gesehen, was wir, das haben wir hier angesprochen, am, wann war das, Montag, Dienstag, irgendwann, keine Ahnung, Montag, Montag haben wir es angesprochen, dass der Markt jetzt einen Ausbruch macht, und dass es ein sehr typisches Bewegungsverhalten ist, und man da aufpassen muss, dass man es nicht als Schwäche bewertet, wenn der Dachs einfach nur punktuell steigt, und dann viel zur Seite läuft, das ist Stärke, das ist bullisches Bewegungsverhalten, das ist ein bullisches Bewegungsmuster auch, ein übliches Muster, was der Dachs nimmt, und in dem ist er noch voll drin, da ist, das sind nichts nerviöse Kerzen, da ist nichts hart nach unten, ähm, wir haben gesagt, das kann vielleicht von 5,60, 6,30 schon kommen, das ist nicht gekommen, zum Donnerstag wäre es typisch, wenn es kommt, insbesondere zum Nachmittag wäre es typisch, wenn es jetzt kommt, wenn er, wenn er wieder zurückdrückt, aber, wenn hier alle nur Short drin sitzen, ich glaube, dann wird es nichts, und die einen oder anderen haben gezweifelt, dass da tatsächlich noch viele im Short drin sitzen, doch, 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 da sitzen noch einige schon drin, und, ähm, es kommen auch immer mehr noch mal dazu, also, so richtig, ähm, das sieht anders aus, wenn er fällt, das sieht dann anders aus, bevor er fällt, da sind die Leute anders drauf, das sind sie dann, sagen sie alle, jetzt kommt die 15.000 und sowas halt, ne, und dann fängt er plötzlich an, nach unten zu drehen, also, von daher, wir haben technisch Bild, ganz klar, das ist alles grün hier, wir haben technisch sogar ein steigendes Dreieck, noch zum Schluss gesehen, an die, an die, an die, an die 5,60 dran, das heißt, die gibt bestimmt jetzt nach, zum Donnerstag nach oben, mal rein in die 600, 635, wir haben vom Sentiment her, also, von dem Stimmungsbild, Platz nach oben, also, technisch Platz nach oben, Stimmungsbild Platz nach oben, von daher, Tendenz erstmal noch aufwärts, ähm, 635 bis nach aufsachsen, 600 bis nach aufwärts, sollte er drüber gehen, ja, auch die 6, wie sag mal, 650 da so, so, so überschreiten, ähm, Übertreibung möglich, das kann 750 werden, das kann 700 werden, das kann auch 800 werden, das kann auch bis 900 gehen, dann muss er echt aufpassen, dass man, erst, wirklich dann, auf dem Short rum drückt, wenn er rote Kerzen nach unten spuckt, wenn er sich wirklich nach unten, dann, reintritt, wenn er zeigt, hey, boah, Alter, ich werde plötzlich nervös, wenn man sieht, oh Gott, jetzt, fangen sie eben nicht gleich wieder, die erste rote M5 ab, und drehen die nach oben halt, ähm, stabilisieren nicht direkt, wieder den Markt, und dann kann man den auch wieder ein bisschen shorten, weil der kommt bestimmt ein gutes Stück zurück dann, also, wenn er das erste Mal zurücksetzt, dann dürften das mindestens 200 Punkte werden, von hier oben, das heißt, ähm, wenn es, wenn es 635 wären, ist es legitim, dass er nochmal die 445 zum Beispiel anläuft, auch zum Donnerstag schon, ja, wenn er erhört geht, 750, wäre es legitim, dass er die 550, 560 von oben einmal abholt, ne, also hier so ein, so ein Schlenker macht, so, geht er noch höher, 800, wird es die 600 von oben, ne, also so in diesem Dreh, aber das ist jetzt auch nicht so, das, äh, das klingt bei mir immer so ein bisschen aus dem, aus dem Auge raus erzählt, natürlich, erzähle ich das jetzt, leicht verständlich, und so simpel wie möglich dargestellt, damit es für die meisten auch, passt, aber ich habe natürlich auch noch ein bisschen, was, was ich mir dahinter überlege, ich habe Regelmäßigkeiten im DAX, die ich beobachte, ähm, die ich mit ansetze, und so weiter, und das zusammen kombiniere, insgesamt in eine Mischung, wo ich hier einfach sagen muss, ja, 200 Punkte Reaktionen sind möglich, nicht weil das Auge das so sagt, sondern weil das auf den Donnerstag einfach typisch wäre, halt wenn er von einem Ziel da oben runterkommt, aber, da muss echt ein bisschen ein Umdenken bei den Leuten reinkommen, das muss man sehen, und das finde ich das so sehr, das ist eher so teilweise, würde ich sagen, Kopfschütteln, das wäre jetzt ein bisschen unfair, aber, es ist schon, da stelle ich echt noch viele Gegenhalt, ne, dann wuchten da noch, was das Zeug hält, und das sind oft auch welche, die halt auch hier schon, die ganze Zeit schon drinnen schrubt gewuchtet haben, das ist ein Aufwärtstrend, und das ist erkennbar, ja, also, ich glaube, Botschaft ist angekommen, ich kann mir vorstellen, wir, ich sehe das Risiko oben, sagen wir es mal ganz klar, ich sehe das Risiko oben, ich kann mir vorstellen, dass wir in die 600, 635 reinstechen, oder, übertreiben, rausqueasen, wirklich raushauen, was raushauen geht, bis man dann oben in eine schöne Range reinkommt, ein bisschen sich aufschlägt, dass die Leute halt einfach ein bisschen durchgerumpelt werden, vielleicht auch auf die 5000, 15.000 fixiert werden, wir hatten da die letzten Tage schon mal drüber gesprochen, dass das so ein bisschen mein Ziel wäre für den Verfall, für den Verfall am 19.03., das ist noch eine ganze Weile hin, das ist noch eine ganze Weile hin, und das heißt, da ist auch noch mal Gegenbewegung zu erwarten halt, bevor da oben dran kommt, es sind ja noch unzählige Tage, und wir sind schon fast dran halt, also da fehlt ja nicht mehr viel, und, ja, soweit die Erwartungshaltung, sollten wir abkippen zum Donnerstag, bleibt, wie gesagt, das haben wir vorhin auch schon gesagt, die 445 jetzt von unten Unterstützung, die 4, was ist das hier so, die 485 auch, ja, 480 und 445, das sind Unterstützung, darunter wird es wackeliger, darunter wird es wieder wackeliger, Richtung 360 nochmal, Richtung 400, also 400 und 360, und dann dürfte dort auch erstmal wieder eine Stabilisierung eintreten zum Donnerstag, 400 bis 360 wäre jetzt eine gute Supportzone, in dem Moment, wo unser DAX vielleicht abdreht, aber Risiko wird sich jetzt hier tatsächlich eher auf der Oberseite sehen, einfach weil ich gesehen habe, ganz viele haben ihre Longs reduziert, rausgenommen, schon ausgedünnt, zu dünn, Teilverkäufe, nur noch ganz mini Positionen drin, oder sind schon längst raus, meistens schon in dem Bereich, oder hier spätestens, sprich, gar nicht viele Longen drin, eher die Leute immer wieder mit neuen Shorten einstiegen, die Longs, die glücken nicht, unsere Lisa, die hat auch einen Longen versucht einzustellen, die ist ja eigentlich die ganze letzten zwei Wochen schon Longen unterwegs, nicht ganz so glücklich unterwegs, heute auch genau im Rücklauf dann weggetreten worden, aber für mich trotzdem, das ist für mich Longen halt, und da würde ich mir, solange der jetzt hier noch spuckt, noch Longen suchen, und Donnerstag wird dann sehr wahrscheinlich erstmal wieder ein Drehpunkt werden, sieht man sehr häufig, dass über den Donnerstag, Freitag, dann wieder ein bisschen ins Korrigieren reingeht, aber ich glaube da, so wie die Leute so sind, glaube ich, da fehlt noch was, der muss nochmal spucken oben, muss immer schön auf die Kacke hauen, dass die alle ein bisschen aufgescheucht werden, damit allen klar wird, Alter, das ist der Aufwärtstrend, der steigt weiter, dann hat er wieder ein bisschen Platz nach unten zu gehen, weil die Leute dann viel zu früh auch wieder reinsteigen, gegen die kippende Trendbewegung dann halt, also, ja, und das könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut zum Donnerstag vorstellen, deswegen passt mir auf die Bereiche hier auf, wir gucken noch kurz in den Tagesshot rein, im Tagesshot ist ja unser Long-Trigger-Ziel, das ist ja dann auch schon fast in Reichweite, das haben wir hier schon eine ganze Weile drinnen, ich glaube schon seit Februar, Anfang Februar hängt das Ding hier so drinnen, und wartet, dass es mal richtig anläuft, dann haben wir hier diese Flacke gesehen, und die hat sich nach oben aufgelöst, hatte zwischenzeitlich nochmal eine kleine erweiterte Flagge reinbekommen, aufgelöst nach oben, und jetzt erst mal oben raus, und da ist es noch aktiv, wir haben noch grüne Kerzen, wir sind weiterhin aus dem Band, aus dem Tagesband, damit im Übertreibungsmodus so und so auf Tagesebene, und von daher wäre es jetzt hier auch nicht verwunderlich, weil eine Weile steigt, und wie gesagt, nach oben ist, ja, Himmel hat keine Grenzen, die Freiheit ist grenzenlos, also umso mehr, wenn man mit Shorts gefüttert wird, klappt man, umso mehr drückt es den hoch, da muss man wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl dann auch mitbringen, dass man abpasst, wenn die, man sollte nicht, ich sage immer, es ist auch nicht richtig, wenn man dann Short verteufelt, und so, das klappt auch, man muss neutral rangehen, und wenn ich sehe, der zeigt nur Stärke, und der ist unheimlich stabil, dann muss ich das für mich als Trader beachten, sonst handle ich nicht das, was ich sehe, und dann handle ich auch vielleicht gegen den Markt, na, gut, okay, dann, wir brauchen ja nicht besprechen, ich würde hier zumachen, ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg, wir sehen uns morgen wieder, bis dahin, ciao.